Kommt die nächste Runde, es kommen, dürften jetzt auch nochmal so 100 Stück sein, was jetzt kommt, die letzten 100 sind schon drauf, es sind ja insgesamt 6 Konvois, wir sehen jetzt gerade mal den dritten und die Berliner nehmen es sehr gelassen und so viel Polizeischutz hat schon lange keinen Buskurs mehr erhalten. Fast 200 Leute sind heute unterwegs, um den Busleuten heute auch deutlich Platz zu geben, die machen es jetzt schon viel besser, sie fahren langsamer, dass man sie deutlicher hört, haben auch die Kleber, BDO, RDA, Gimikar, jetzt kommen sie richtig alle auf, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Milensturz, der Bote, jawohl. Super, die Berliner kommen. Stuttgart. Video. Nicht zu alle. Das sind jetzt alles die, die bei Verband dabei sind. Philippe. Der Leblis. Zuschauer. Der Leblis. Der Leblis. Der Leblis ist so knapp. Der Leblis ist ein bisschen kleiner. Das ist richtig laut. Das ist richtig laut. Die Zahl tausend ist deutlich. 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 Drei Kilometer so, drei Kilometer so. Die Zahl tausend ist deutlich. 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 Ja! Ha! 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 Der Altbergaberglein! He! Der Altbergaberglein! Ahh! ... ... ... ... ... so viele Busse werden wir nicht mehr wieder am Club sehen so viele Busse werden nicht mehr so viele Busse werden nicht mehr so viele Busse werden so viele Busse werden So, schicken wir es und dann düsen wir. Die Presse ist auch da. Die Presse ist da. Kommst du langsam, alle? Da sehen wir, dass viele etlichen erst mal so richtig im Ohr bleiben in Berlin. Liebe Busfreunde, eins sage ich euch, wer jetzt diese 1000 Busse nicht gehört hat, der hat etwas überhört in diesem Land. Reagiert, 1000 Busunternehmer sind heute da, es sind viele Arbeitsplätze dran, endlich Reaktion zeigen, helft dieser Branche. Für euch, bis demnächst, wir wollen was hören von euch.